...einer Heimat, auch in den USA, ganze Stadien. Am Abend war der exzentrische Superstar, der auch gerne mal in Frauenkleidern auftritt, im Tiroler Wintersportort Meierhofen im Zillertal zu Gast, beim sogenannten Altitude Comedy Festival. Keine Après-Rigie-Hits, sondern der funniest Show in Snow verspricht das Altitude Festival im Tiroler Wintersportort Meierhofen. Ab heute bis inklusive Freitag gesetzt, wird vor allem auf englischsprachige Comedy. Eddie Izzard war ohne Frage der große Star des heutigen Eröffnungsabends. Ich habe einen sehr surrealistischen Stil. Meine großen Vorbilder sind Monty Python. Ich liebe deren Sketches. Man könnte sagen, mein Stil ist Monty Python, aber als Stand-up. Mit im Gepäck hatte Izzard den deutschen Komiker Michael Mittermeier, der sich seit einigen Jahren an englischsprachiger Comedy versucht. Eigentlich ist es eine Übersetzung, aber nicht nur der Sprache, sondern du musst dich selber übersetzen als Person, als, keine Ahnung, Comedian. Und ja, das ist die Herausforderung. Aber geht. Trotz der geballten Ladung deutschen Humors hat es das vorwiegend britische Publikum, vor allem wegen Eddie Izzard, in die österreichischen Alpen verschlagen. Und es ist sehr lustig. Ich kenne ihn eigentlich nicht und ich bin einfach nur mitgegangen. Weil ich gerne und viel lache. Aber ich liebe Stand-up und er ist einer der besten. Ja, ein sehr cleverer Mann, ein sehr lustiger Mann. Okay, danke. God's not going to help us. The Riss of God in Europe, we know this. We had two fucking world wars, so we worked out that God does not exist.